Warte, jetzt muss ich hier außen rumlaufen, weil ich über diesen scheiß verfickten Zaun nicht rüberkomme, oder was? Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist ja auch schon viel total fehl, Alter, ganz ehrlich. Wieso, willst du jedes Mal noch einen Schlüssel, oder was? Nee, aber ich fäll hier alle komplette Sachen und etc. pipapo, aber einen Autoschlüssel hab ich immer noch am Mann. Läuft. Nee, der steckt. Da, da kommt was. Ein Flugzeug. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Auf der Ladefläche. Hier kommt man nicht mehr runter. Alter, muss ich den Piss jetzt wieder normal laufen, oder was, Alter? Nee, so. Ich krieg hier, glaub ich, weil Sonnenbrand, wenn ich hier länger noch an der Glühbirne hänge. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier, hallo, stopp, stehen bleiben, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Weiß ich was, ich ruf die Bullen jetzt. Pass auf. Ich glaub, da kannst du noch so lange schreien. Die haben alle Ohrstöpsel drin, glaub ich, weil der Hedi so laut ist. Ja, ne? Glaub ich auch. Polizei. Äh. Alter, der Typ kann auch nur stehen hier, ne? Ah, mehr hell und grell, dat Ding, ey. Ich krieg immer alles anderen dran. Befolgt die Polizei, oder wat? Was ist denn los? Wow! Alter! Ey, hast du das gesehen? Ich hab's nur gehört auf einmal. Das war ne... Alter, das haben wir aufgeditscht hier. Warte, ein Hedi. Und wir sitzen in der ersten Reihe. Hey, was geht da schon wieder ab? Was geht da schon wieder ab? Alter, das ist... Das ist... Das ist jetzt sehen sollen. Hier ist grad, ein Heli hat uns gestreift, oder irgendwie die Lichter. Ist hochgeflogen. Dann ist der Pilot rausgefallen und der Helikopter ist runtergefallen und explodiert. Also immer dem Feuer nach, die wird. Da kommt gleich die Feuerwehr, alles drum und dran. Holt euch da raus. Sö mal, kommt die Polizei mit dichter? Da kommt die. Da kommt die. Jetzt kommen die Bullen. Hilfe. Jetzt kommen sie. Jetzt quatschen sie gleich. Hilfe. Hilfe. Und die Karre auf. Die Karre ist auf, Alter. Jetzt können wir aussteigen. Oh, Alter. Oh, Schwer ist verletzt. Aua. Aua. Aua, aua, aah. Weißt du, was es schön ist? Ich hab ein neues Auto. Ich muss sagen, bis der Server restart ist. Ich verkaufen, Alter. Geh nicht zu dicht ans Feuer. Wieso, verbrennst du dann? Ja, bist dann instant tot. Oh man, ich wollte die Leiche ausrauben. Kannst du doch, wenn sie so. Deine eigene? Ja, die liegt ja am Helikopter. Ich muss kurz warten, bis der aufhört. Oh, ich muss mich erstmal heilen. Geht's dir gut oder so? Wo, 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 wo. Alter Schwede. Die wird fahrer nicht zu dicht ans Feuer. Oh, geht's dir gut? Ja, 19 Leben, ne? Warte mal, bleib mal stehen. Wieso sind hier so viele Autos? Ich kann dich nicht heilen. Doch, jetzt. Warte doch mal. Ah, ne Spritze ins Bein. Sanii. Los, gibst du was umsonst? Ah, nix drin. Na gut, hey, ist erkannt. Ist ja hier die weg. David, willst du sein Auto nicht reparieren? Ach, der Typ ist auch weg. Was denn? Achso, na gut, dann mach ich das. Was hast du da für ein Auto eigentlich, David? Oh, stand da doof rum. Ich hab's genommen und fertig. Rebellenauto, ne, glaub ich? Oh, da kommt jemand. Oh, Alter. Wieder so ein K.O. Die suchen bestimmt der Auto. Oh, dein Auto müsste gleich repariert sein. Was hat der für langweilig? Hat dir doch nix Gutes im Sinn. Er würde sogar gewinnen, weil wir nichts haben. Also, ich nicht. Du weißt ihn nicht, weil er aus dem Auto quatscht. Hallo. Haben die lange Feinde, Alter. Haha, der Geilen, das hab ich mir auch gerade gedacht. Was denn? Sich einfach mal ein bisschen querstellen. Mach zu da, dass er nicht mehr wegkommt. Jetzt verpisst er sich, ne? Und der hierher? Alter, warum konnte null, ey? Kriegst du alle 10 Minuten nach 1000? Ja, anscheinend nicht. Was? Scheißdreck. Karri, Alter. Warte, mach mal die Tür auf. Was? Sie soll die Tür aufmachen? Warte. Wer ist das denn hier? Wer ist das hier? Nee, Quatsch. Wer ist was? Jetzt ist es auf. Da vorne, wo ich hinleuchte. Hier vorne steht irgendjemand, die fahr ich jetzt um. Komm wieder drin. Toilette, Alter. Sonst fahr ich die. Wo bin ich? Ah super David. Ich würde jetzt abhauen an deiner Stelle. Ist das aber keine Safe Zone hier oder was? Ne, ist keine Safe Zone und da kommen jetzt zwei Mann von denen. Was können sie denn? Was ist denn los? Was ist denn los? Was habt ihr denn umgefahren? 3 Sanitäter Wir sind in der Safe Zone Hey Donnie, ich wollte dir gerade das Leben retten, tut mir leid So Danke Ja, das Leben retten tut mir leid So Danke Mario, hier ist auch kein Parkplatz frei am Flughafen Ist das eine Safe Zone? Hier ist ja gar keine Safe Zone, die Safe Zone ist doch erst da drüben bei der GoGuard-Bahn Ja Du, wer sagt das? Nee Ich glaub den Auto wird gerade geklaut, David Weiß ich doch nicht, ich fähr den nur weg Sieht auf den Spawnpunkt Er fährt hier dringend Nein, 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 nein Warum ist die Tür zu hier? Komm Ey Ist er tot? Nee, er ist hier aufgestanden Oh, Hartmut, du hin Oh, Hartmut, du hin Ich fand das denn mit euch nicht richtig, Alter Siehst du auch noch Thorsten? Oder wo bist du Thorsten? Ich seh nix, alles verschwommen Wer ist denn das hier? Ich häng hier und wiederbelebe ihn Hey, tote Menschen beglaubt man nicht, warum nicht? Weil ich nix mehr hasse Ich wusste, dass irgend so ein Scheiß passiert Warum lässt ihr das denn nicht? Warum? Ich war da gar nicht mehr dran, Mann Ich war da gar nicht mehr dran Ich war da gar nicht mehr dran Ich wusste gar nicht, dass so ne Schiebetür so stark ist Wie war das jetzt gewissen? Bis jetzt ist hier jeder draufgegangen? Ja, jeder Ich bin im Auto irgendwo Und das Auto gibt's nicht mehr Wie sieht das denn da aus? Ich seh ja nix David, such mal Thorsten War er schon drinnen hier irgendwie? Ja, in der Tür hier vorne Ist da nicht mein Zeichen irgendwie hier vom Clan? Nein Boah, ich glaub ich denk dem Clan wieder aus, oder? Du schimpfst ja nur Das ist ja nur eine Fionie Ich lebe, ich lebe Aber gab's hier keinen Markt oder so? Ja, duty free da drin, wo ich grad herkam Sanitäter Sanitäter Ehrlich War schön, wenn ihr euch beeilt Ich bin nämlich gleich weg Ich seh dich nicht Thorsten Siehst mich nicht Ich seh auch nix Oh, irgendwie hab ich ja Lust Die beiden Typen hier umzufahren schon wieder, ne? Ich kann's gekickt werden vom Server für immer Ja Das ist random Leute, die nicht in der Safe Zone umfahren Wer ist das denn hier? Wer war das hier? Irgendeiner, persönlich hier nur Ich glaub ich hab dich gesehen Thorsten Oh, du bist grad verschwunden, glaub ich Liegt der vielleicht oben auf dem Dach? Halt still, halt still Doch kann ich nicht verschwunden sein Oh Gott, ich glaub ja nicht an außerirdisches Leben Aber da fummelt was rum Das wird, nein Steh auf jetzt hier, steh auf jetzt hier Ey, was steht da für Nagidei Du bist nicht Du bist nicht berechtigt in fremden Rucksäcken zu schrauben Thorsten, ich find dich nicht Ey, ganz ehrlich Ja, weil sonst könntest du ja Ich hab dich nicht tot gemacht Ich war gar nicht an der Tür gewesen, Mensch Mann, wenn wir jetzt Fische sammeln, dann wäre alles gut Boah, du mit deinen scheiß Fischen, Alter, wirklich Aber die Tür geht noch, ne? Ja, die Tür geht noch, das ist gut Sogar die Palme ist tot Belebt die Palme, die Palme ist tot Mir dauert das, ich sie hier nur noch verschwunden Also so sieht ein Brillenträger also Ja, sehr schön Ja Ich sag ja, wenn wir tun Immer wieder interessant mit euch irgendwas zu machen Echt? Macht doch voll Spaß Oh, hier suchen Leute Stress, Alter Ja, komm her, komm her, komm her Komm her, komm her, komm her, Digga Komm, 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 komm Mit euch, Alter, komm Ja, ja Hatte ich denn wenigstens noch Bargeld mit Jetzt ist das auch weg Wie gesagt, ich hab dich nicht mehr wiedergefunden Jo, ich weiß ja nicht, wer da die Tür zugemacht hat Aber das trifft immer Ne? Es überleben immer die, die nur Scheiße bauen Wieso? Er war doch auch tot Ja, aber er überlebt ja wieder, komischerweise Er hatte noch einen Devi gehabt Ja Ich hab schon den Falschen eingesetzt Scheiße Ja, was soll ich denn machen? Ich hab gedacht, wenn ich ihn mache Dann kann er gleich hochrennen, weißt du? Nein, du kannst ja nichts dafür, ist ja richtig Aber ich mein' nur mal, es trifft immer so Ist immer Ich hab dich ja nicht mal gefunden Hau ihn mal hier Hau ihn mal hier Hau ihn mal hier Hau ihn mal hier Ich seh hier alles verschwommen Ja, sag mir doch einfach mal wie Ja, ohne Witz Du Wie kann ich den Lom hauen? Trinken tust gar nicht mit der Knarre Ja, dann brauch ich einer, gib mal einer Mö ich nicht mal hier Ja, dann will ich mal nicht so vorher raus Hey, ich drück mal her Jetzt kannst du mal voll arbeiten nach den Typen Soll ich mal Tür zu machen? Naaaaaah Naaaah Naaaah Naaaaah Naaaah Naaaah Hauh Oh, was für Feil Braucht so nen Dickn Puller? Laufen kannst du bestimmt, wa? Alter. Und wir haben alle das kleine Ankurzel. Ich gehe wieder raus. Oh. Oh, nee. Hallo. Nein, ich kann nicht mehr. Ja, ernsthaft, was ist denn hier mit dem Gebäude passiert? Das ist ja alles kaputt. Das haben sie gesprengt. Das haben sie gesprengt. Mit was denn? Mit deinem Auto, deinem Auto und eine Durchschiebetür. Alter, was machen die hier? Komm, die Karte? Ach, die Tür geht noch. So, hinten kommt noch ein Fahrzeug, geht's. Alter, schweizig ist zum Gott. Nee. PX, Alter. Oh, Gott. Das sind die harten Jungs. Ich hab ab. Wer ist da als wir? Glaube ich nicht. Ah. Wer sprengt hier schon ein Gebäude fast in Duft nur mit dem Auto und der Schiebetür? Also, ganz ehrlich. Es liegt da oben, Thorsten, vielleicht? Nee. Ich bin, ich lebe schon wieder. Ich bin gar nicht mehr da. Hallo. Aber hier oben ist auch alles kaputt. Ah, komisch. Ich weiß nicht, wie das geht. Wenn ich jetzt nicht sicher, ist das der ganze Scheiß denn hier wieder da? Nein. Worum sichere ich denn? Ihnen! Ja, miri, nie? Ja, miri, nie? Das istievous. Dann liebes es auch noch.